Was sagt der kleine Prinz? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Über das kann man diskutieren. Das Herz, das Herz, ohne Herz ist alles nichts. Es kann schlagen, rasen, pochen, springen, hüpfen bis zum Hals. Und manchmal bleibt es einfach stehen. Dann hilft Herzlichkeit. Aufeinander zugehen, füreinander da sein, miteinander reden, auch ohne Worte. Und dabei stets die Details im Auge behalten. Denn Glück wächst im Kleinen. Und verdoppelt sich, wenn man es teilt. Schön schlagen unsere Herzen fürs KSBL. 337 Millionen 200.000 Mal am Tag. Und manchmal schlagen zwei füreinander. Heute geben Sie, eineロuu-KR-AH-E-R-A-S-T-K-H-G'-L-O-N-D-E. Sektor Sleep